Er hält einen 9.0 am Boden und jetzt der nachfolgende Turner Dimitri Karbanianko. Also wenn er so gut turnt wie bei der Qualifikation, verehrte Zuschauer, dann darf man sich auf eine schöne Übung freuen. Streckt der Doppelsalto mit ganzer Schraube und dann zwei Salty in Folge. Das ergibt in der Kombination die Gutpunkte für die Kombination. Salto vorwärts, ganze Schraube in D-Teil. Überschlag, Salto vorwärts, ganze Drehung, auch die. Der Überschlag zuvor tut hier nichts zur Sache. Das war doch wirklich eine wunderschöne Übung von Karbaniankov. Und ehrlich gesagt, man traut es ihm wirklich nicht zu, dass er so weich und fließend, harmonisch am Boden agiert. Auch da legt man sehr viel Wert drauf. Auf Karbaniankov, die Wertung über 9 auf jeden Fall. 9,3 für seine Bodenvorstellung. Da warten wir noch ab. In drei Jahren gibt es wieder olympische Spiele in Atlanta dann. Da ist er dann 22 und da dürfte er gerade im richtigen...